Den Info-Call-Service können Sie nutzen, wenn Sie zum Beispiel Rückfragen zu den Skoda Connect Services haben, Produktinformationen benötigen oder Anfragen an den Skoda Support richten wollen. Durch das Drücken der I-Taste auf dem Dreitastenmodul in der Fahrzeugdecke wird eine Telefonverbindung mit dem Callcenter der Skoda Kundenbetreuung aufgebaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017